Es geht weiter, wir fliegen den Weg entlang, wir beeilen uns ein bisschen. So, hallo, da bin ich mal wieder und wir sind beim nächsten Teil von Lantern. Und wir haben jetzt das nächste Gebiet. Machen wir uns mal auf den Weg. Wir haben schon wieder eine neue Musik, das ist ganz nice, wir beeilen uns mal ein bisschen. Es ist sehr dunkel hier. Ich denke mal, so wie das hier aussieht, sind wir jetzt bei Winter. Eine sehr schöne Höhle gewesen hier. Dann fangen wir mal an, das erste Dorf wieder farbenfroh zu machen. Die Musik ist fast so wie in so einem Sushi-irgendwas-Restaurant. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Bumm. Da klingelt es ganz fröhlich vor sich hin. Die Musik ist fast so wie in so einem Sushi-irgendwas. Die Musik ist ganz fröhlich. Die Musik ist sehr gut, weil sie nicht mehr so toll hat. Die Musik ist sehr gut. Die Musik ist sehr gut. Die Musik ist sehr gut, sondern sie ist sehr gut. Da gehen die Feuerchen an und da hätten wir gleich schon das erste Dorf geschafft. Hier haben wir eine schöne Eishöhle, ich würde sagen, den da oben machen wir auch noch schön. Ich habe gesagt, dich machen wir auch noch schön, so, dich auch noch. So viel dürfte jetzt gar nicht mehr fehlen, bis wir fertig sind mit dem Dorf hier. Wo kommen wir denn hier hin, nur ganz schade. Minimals fehlt noch irgendwo etwas. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wo. Vielleicht hier hinten. Tatsächlich. Und dann hätten wir das geschafft. Ist doch wunderschön geworden, finde ich. Und da geht auch schon unser nächstes Tor auf, zum nächsten Dorf. Ist ja eine sehr bergige Landschaft hier. Dann heißt es jetzt nur noch finden, wo das war. Und das geht nicht so. Sondern so. Das müsste dann noch hier gewesen sein. Ja. Die zwei Feuerchen machen wir auch noch an. Hier schneidet es auch ein bisschen. Es wird auch gleich schon ein bisschen heller hier. Hier sind wir aus der Höhle heraus. Hier haben wir ein bisschen offene, schöne Landschaft. Das große Feuer haben wir auch angemacht. Ich weiß nicht, wo es hier hingeht, aber wir drehen lieber mal vorher um. Aber ich glaube, wir müssen erst das hier noch vervollständigen. Wir sind so auf einer halben Anhöhe. Da geht es ins Tal nach unten auf der linken Seite. Hier taut der Schnee jetzt weg. Hier taut der Schnee auch weg. So ist das aber noch viel angenehmer. Ich würde sagen, das hätten wir geschafft. Es geht weiter. Wir fliegen den Weg entlang. Wir beeilen uns ein bisschen. Und schauen, wo es hier hingeht. Das sieht auch alles sehr traurig aus. Hier fangen wir mal hier oben an. Und stürzen uns dann nach unten. Schauen wir mal, hier geht es sogar einen Weg lang. Jetzt aber nach unten. Ganz viel Farbe auf einmal. Farbe und Motivation. Das ist so ein toller Zusammenhang, wie ich finde. Die Latande müssen wir noch mitnehmen. Alles Stück für Stück. Auch das tauen wir auf. Das tun wir leider nicht. Das tun wir leider nicht. Oh, hier haben wir ja was versteckt. Irgendwie an dem letzten gar nichts. Oder habe ich das übersehen? Ich weiß es nicht. Das ist alles etwas ruhiger geworden jetzt. Man sieht ganz klar, wo wir schon waren. Und man sieht auch, wo wir noch nicht waren. Feuer und Eis. Neue Errungenschaft. Müssen wir mal schauen, ob wir hier alles mitgenommen haben. Ja. Dann geht es mal ein bisschen hier runter zu den einsamen Läutchen. Wir haben es fast geschafft. Hier noch ein bisschen. Hier fehlt noch ein bisschen. Und dann noch ein paar einzelne Sachen da drüben. Mitte durchs Feuer. Ich denke, das dürfte das letzte sein hier. Nein, nicht ganz. Dann gehört das hier, denke ich, auch noch dazu. Und der letzte Schneetaut auf. Schauen wir mal von oben herab. Was uns hier noch alles fehlt. Hier kommen wir jetzt ziemlich weit nach oben. Hier haben wir eine schöne Aussicht auf das ganze Dorf. Und schauen mal. Und ich denke, das sind die einzigen Sachen, die uns jetzt noch fehlen. Und damit hätten wir auch das geschafft. Sieht auch alles sehr wunderschön aus jetzt. Da lässt sich's leben. Und hier geht's zum nächsten, weshalb wir das auch nicht auftauen konnten. Aber jetzt haut es auf. Das Eis ist gebrochen. Wir schauen einfach mal, wo das war. Hier fehlt uns sogar noch eine Laterne. Und da sind wir auch schon dort, wo wir hin müssen. Und hindurch geht's durch das Eisernetor. Eisige Tor, Eisernetor, wie man möchte. Na komm schon. Auch das befreien wir von dem Eis. Nein, wir sind kein Weihnachtsbaum. Und da steigen wir hinauf. Und befreien alles von Schnee und Eis. Nur diesen Eisblock bekommen wir nicht weg. Auch euch gebe ich wieder Farbe. Ja. Oh. Auch nach hier oben bringen wir ihr Leben. Schauen wir uns mal an, wie das ganze von oben aussieht. Ich denke, hier waren wir jetzt überall. Und dann fliegen wir mal durch dieses Tor durch. Weil das hier war jetzt einfach nur eine Weglandschaft. Und da geht es zum nächsten traurigen Dorf, in das wir Licht bringen müssen. Ich denke, so sich das anhört, sind wir hier in einer Höhle, die aber nicht mehr so groß ist wie die letzte Höhle. Aber wir können hier einiges an Licht reinbringen. Und es sieht einfach nur faszinierend aus. Hier würden wir glaube ich zurückkommen, möchte ich aber gar nicht. Jetzt steigen wir ein Stückchen hinauf und bringen Licht an den Weg. Aber als erstes müssen wir hier unten noch überall Licht hinbringen. Also auch hier und hier. Hier ist ein Drachenkopf. Ich denke, auch hier können wir noch irgendwo Licht ranbringen. Auf den Wägen machen wir noch mit den Laternen voll. Und dann geht es weiter durch die Eishöhle. Nein, falsche Richtung. Also dunkel ist es hier definitiv schon mal nicht mehr. Das muss man nur rausfinden, wo man hier hinkommen kann. Denn wie ich denke, hört das hier nicht einfach so auf. Nein, tut es auch nicht. Das geht hier weiter. Über eine Brücke mit einem riesengroßen Tal, das tief nach unten geht. Schauen wir mal, wo es uns hin bringt. Hier haben wir dann wohl wieder ein Dorf. Mit einer Säule, die wir wieder farbig, fröhlich und bunt machen. einemsaal aus Tal und schlauern gewöhnen. Also können wir in die Wirkung stehen. Dann gehen wir ja hier in die Kräte und rangen zusammen. Lassen Sie einfach an- und Drachen auf dem Messen. Jetzt können wir in die Kräte und stets anbmen. Und dann können wir einfachen die Kräte. Es gibt nicht nur die Kräte und einfachen die Kräte. Oder brauchen wir arbeiten. Das ist wichtig. Möge ich nicht damit, es ist nicht so wie ein Kohlter oder die Kräte. Das in die Kräte anbüter, aber dann sind auch schon elev drauf. Ja, wenn wir ungefähr jetzt nicht. Hier haben wir schon wieder ein Tor, das sich sehr wahrscheinlich gleich öffnen wird. Wir haben jetzt geschafft, einer weiteren Stadt Licht und Leben einzuhauchen. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Auch den letzten Häusern dahinten hauchen wir noch Leben ein. Hier unten haben wir noch eins, wo die Litane einfach mal nicht leuchtet. Und aber auch euch gönne ich Licht und Freude im Leben. Ich habe gesagt Licht und Freude im Leben, so. Und auch euch. Und auch euren Laternen. Das kann man ja nicht einfach so lassen. Auch das hätten wir geschafft. Weiter geht's. Den Winter hätten wir. Hier sieht man, der Winter ist eigentlich sehr traurig und dunkel. Aber auch da kann man Licht und Freude hereinbringen. Und auch dann sieht es gut aus. Oh, sie ist immer noch ein bisschen traurig, denn der Frühling fehlt noch. Und hier wären wir beim letzten und vierten Gebiet im Frühling. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und bis dahin sage ich Tschödelü. 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 Musik